Was tun gegen schlaffe, trockene Haut? Fitness? Hab ich gestern schon gemacht. Die beste Heute-Mal-Kein-Sport-Ausrede? Neu Garnier Body Tonic Sofortstraffende Milch mit grünem Tee und Koffein. Strafft schon ab der ersten Anwendung für 65% straffere Haut. Füllt die Feuchtigkeitsspeicher trockener Haut wieder auf. 94% mehr Feuchtigkeit und dabei ein 100% gutes Gewissen für jugendlich elastische Haut. Neu Garnier Body Tonic Sofortstraffende Milch. Wer denkt an mich? Garnier